Guck mal, ich habe was zu essen für dich. Warum ist das denn hier so dunkel? Ja, ich lerne gerade. Im Dunkeln? Und was lernst du denn? Meinen Theatertext. Deinen Theatertext? Okay, möchtest du nicht mal den Helm abnehmen? Nein. Warum nicht? Ich möchte doch nächste Woche den Text perfekt beherrschen. Ich möchte schließlich Schauspielerin werden. Das ist ja total schön, dass du lernst, aber eine Pause bräuchtest du auch mal. Okay. Vielleicht ist es ein bisschen leichter und eine Pause würde dir gut tun. Sich mal ein bisschen ausruhen. Und essen musst du ja auch noch. Da kannst du den Helm auch nicht gebrochen. Der ist so schwer, dein Helm. Setz den mal hin.